Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag beim MyTimeImport. Wir verlassen mal das Haus und schauen, was uns heute so erwartet. Ich bin ja sehr gespannt. Heute ist ja ein Samstag. Das heißt, heute gibt es auf jeden Fall noch schon mal keine Aufgaben in der Handelsgilde, leider. Genau, ich habe harte Schalen bestellt, einfach weil ich keine hatte und mir dachte so, boah, vielleicht bringen die was. Vielleicht brauche ich die ganz dringend und ich weiß es noch nicht. So, dann haben wir doch bestimmt Monster Ludia, da kommt die harte Schale rein. Bestimmt noch ein Düstermoor, wir könnten ein bisschen kämpfen am Düstermoor, das wäre auch eine Idee. So, ach, der Akk kriegt jetzt erstmal wieder einen Motor. Hallo, Akki. Ach, der eine geliebte Lera. Hier ist ein verbessert Motor. Oh, das gefällt mir wirklich sehr, danke. So, das habe ich wieder glücklich gemacht. Da rennt der Sunwar und der Kyuwar vorbei und der Check, der Check bekommen natürlich gleich von mir einen wunderschönen Apfel. So, die Polly. So, mit dem Changu müssen wir jetzt mal was mit der Freundschaft machen. Aber ich weiß ja leider nicht was. Oh, und der Todi, der, wenn wir denen eine Angel schränken würden, der würde auch ein bisschen abgehen. Ich stehe nämlich auf Angeln. So, einmal eine Angel und für den guten Changu machen wir einfach einen Asteria-Topf. Die findet ihr jetzt auch nicht schlecht. Wo gibt es hier Asteria-Töpfe? Ich weiß, dass ich welche kann. Asteria-Topf. Ach, das da ist ein Asteria-Topf. Ich sehe, ich habe noch Beißenblumen gesucht oben, aber scheinbar nein. Zwei Stunden bespielen. Ja, chill mal. Jetzt erstmal, hallo Todi, hör auf zu rennen. Ich habe eine Angel für dich. Wenn du vor deiner Angel wegrennst, wird es nicht besser. Ja, das ist ein richtig tolles Geschenk. So, wo ist denn der Changu hin? Changu hier. Hallo. Das ist ein bisschen Hallo sagen. Und dann kriegst du von mir einen Asteria-Topf. Viel Spaß. So, die Caroline steht schon vor meinem Haus. Aber wir gehen natürlich erstmal vieler zu Weave. Ja, die Zeit war hier jetzt um ein bisschen schneller. Habe ich ja letztes Mal eingestellt. Und noch eins. Wee. Wee ist schwer. Das ist eine Beule in der Mitte. Ah, ich habe die Flaschen zugelöst. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Zeichen. Die Schraube steht ein bisschen zu weit raus, oder? Ähm. Ja, da ist schon mal nichts mehr. Nee, nee, nee. Der Knopf ist hier auch rot. Wunderbar ist eben das ein bisschen harte. Hä, bin ich jetzt blind blöd beides? Hä, das ist auch schief. Aber ist das hier länger schief? Nein. Ich drück einfach, wo ist es jetzt? Ach, hier war es eingekendigt. Okay. Ja, blöd gelaufen. Wir werden hier trotzdem eine gute Konkurrenz darstellen. Man muss jetzt vier Sachen finden. Was stimmt mit euch nicht? Ah, ich hasse viel. Also, ich hasse es. Also, das Kind mochte ich das voll gern, aber so als Erwachsenen, ne. Nie, danke. Der Rucksack ist zu gern, oder? Der Stuhl hier. Okay, es war wohl am Stuhl was. Ja, mhm. Das habe ich gesehen. Oh, ein Einhorn. Da unten ist was. Gut. Ähm, da ist Schmutz. Okay, das war schon. Schacke, ich start hole. Gut, der Antoine hockt da und denkt sich, hm. Da hier geht es. Immer noch 100 Punkte hinter mir. Ich versuche das natürlich auch zu verbessern, meinen Vorsprung, aber das ist leider nicht so leicht, wie man denkt, hm. Mh. So. Dann gehe ich mal ganz kurz zu Caroline, beziehungsweise ich nochmal ganz kurz zu meinem Bora. Mache hier so ein paar Sachen weg. Heute würde ich einfach mal sagen, gehen wir dann wirklich hinter das Tüste Moor und schauen mal, dass wir OSS 10. Also, mit der Zeitumstellung komme ich noch nicht ganz so klar. Oh, ich hoffe, sie ist jetzt nicht allzu sauer, dass sie eine Minute zu spät kam. Schmal hey. Grünen Becken. Ich bin froh. Ja, was habe ich vor? Essen gehen. Man merkt, dass die Zeit echt deutlich schneller vergeht. So, erstmal mir was schenken. Ich habe das auch bei einer anderen YouTuberin gesehen. Die hatte das in der ganzen Zeit und die war dann wirklich so, what the fuck, was muss ich tun. Das war echt krass. So, der Chang'o ist da. Chang'o Master. So, möchtest du was essen? Ja, tja. Was mache ich jetzt? Was ist denn Lieblingsessen? Gemüse essen, dann esse ich Salat. Okay. Ja, ich mag keinen Salat. Der Salat hier ist nicht wirklich nicht schlecht. Okay, ich vermute mal, sie wird den Salat bestellen. Nach der Arbeit fragen. Was soll ich sagen? Wie geht es seiner Familie? Mars hängt manchmal etwas zu viel mit Pauli rum. Aha, aber ich will mich nicht beschweren. Er arbeitet hart, um die Familie zu unterstützen. Und die Mädchen machen sich sehr gut in der Schule. Das ist schön. Sie ist ja gleichzeitig sehr im Geschäft und ist gleichzeitig Mutter. Okay. Ich glaube, er war noch nie mit Carol aus. Kann es sein? Früher hatte ich meinen eigenen Bauernhof. Das hat mir auch sehr gefallen. Vielleicht könnte ich ja auch Handwerker werden. Was? Gott, einen Bauernhof möchte ich auch nicht. Sag mal, mal bestellen. Ich lade dich ein. Was hattest du gerne? Das Essen hier ist wirklich sehr super. Ich hätte gerne Gewürzgucken. Oh Gott, das ist hier schon wieder schwanger. Einen gedämpften Kürbisreis, selbstgebackenes Brot, frittierte Rüppchen und auch noch Regenbogenlemonare. Ja, das wird toll. Wenn ich dir das bestelle. Okay, als erstes Mal hätte ich sie gern Gewürzgucken, weil sie wahrscheinlich schwanger ist. Dann einen gedämpften Kürbisreis. Wo ist denn gedämpfter Kürbisreis? Ah, hier gedämpfter Kürbisreis. Dann ein selbstgebackenes Brot. Das ist auch nicht schlecht. Also selbstgebackenes Brot hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Das muss doch hier sein. Ah, hier ein selbstgebackenes Brot. Und dann noch frittierte Rüppchen. Sie ist also keine Vegetarierin. Schade. Noch eine Regenbogenlemonare. Gut sagen. Du hast da echt alles bestellt, wonach mir das hinstand. Danke. Gerne doch. Was mache ich jetzt? Wir gehen. Dann gehen wir zum Baum und labern noch ein bisschen. So. Daten mit Carol. Oh, meine Carol. Die heiße Karen. Von Spongebob. Oh, die sieht so traurig aus ohne Baum. Und ohne Tor und ohne Schule. Die ganzen Kinder werden hier noch richtige Arbeitslose. Okay. Wollen wir uns setzen? Unter dem Wunschbaum setzen? Ja, klar. Sicher setzen wir uns. Der Baum ist halt nicht mehr da. Aber wir können ein bisschen plaudern. Wir haben kein Geld, um Urlaub zu machen. Vielleicht irgendwann. Ja, ich war gerade im ersten Urlaub. Was soll ich sagen? Du bist eine tolle Schneiderin. Ah, danke. Ich ne, einfach gerne. Noch ein Kompliment machen. Dass du sicher viel Arbeit hast mit deinen drei Kindern, merkt man gar nicht. Ach, weißt du, ja. Und welches Geschenk würde dir gefallen? Esst so gerne Marmelade, deswegen hätte ich gerne welche. Okay. Jeden. So, da ist unser Date gelaufen. 29 Punkte. Okay. Ja, wir waren jetzt trotzdem eine Stunde unterwegs mit ihr. Ich kaufe ihr auch nochmal ganz kurz ein paar ihrer Pigmente, dass sie sich freuen kann über Dinge, die sie selber gemacht hat. Pigmente. Ähm, so. Ach, sie fegt hier ein bisschen. Hier hast du noch Pigmente. Reicht leider immer noch nicht zum Levelaufstieg. Schade. Gut, die Marta kriegt wieder ihr eigenes Brot heute. Das ist ja ein bisschen teurer, aber trotzdem. Hier. Brot für dich. Geschenken. Brötchen. Das sieht echt besonders aus, Alter. Das hast du selber gebacken, du schlaue Person. So. Unten ist Pauli. Der kriegt auch nochmal ein Wandlicht von mir. Hallo. Hattest du gerne ein Wandlicht? Oder auch nicht? Ist mir egal. Du kriegst eins. So. Dann. Da Han ist in der City. Ein Alu würde ich gerne sehen, beziehungsweise den Herrn Lee könnte ich auch mal wieder ein schönes Wandlicht schenken. Ähm. Ach, ich hab denen heute schon was geschenkt. Okay. Ach, hab ich heute auch schon was geschenkt. Du weißt, schon wieder zwölfe Zeit vergeht hier echt rasend schnell, wenn man das so macht. Die würde er jetzt zum Beispiel so einen Schalfall geil finden. So. Alles sortieren. Ja. Okay. Da ich jetzt Phil ist schon wieder nirgends zähl. Ich weiß nicht, wo die sich einen ganzen Tag rumtreibt. Ich weiß nicht. Ach, sie ist wahrscheinlich in der Klinik. Machen wir mal hoch. Dann können wir nämlich gleich beim Alu auch was anderes beantragen. Weil unsere Bestellung kam er jetzt an. Ja. Äh, antragen wir was bei Alu. Schenken noch Phyllis. Und ich würde einfach mal sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn's hier weitergeht bei MyTimeRaportia. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.